Oft möchte man in bedingten Verzweigungen mehr als eine Bedingung berücksichtigen, um eine Anweisung auszuführen oder nicht. Dabei kann der Fall auftreten, dass beide Bedingungen erfüllt, also mit Ja beantwortet sein müssen, damit die Anweisung ausgeführt wird oder es reicht aus, dass nur eine der beiden Bedingungen erfüllt sein muss. Zum Verknüpfen der beiden Bedingungen verwendet man sogenannte Buhlsche Operatoren, benannt nach dem Mathematiker George Buhl. Man spricht dabei vom UND-Operator und vom ODER-Operator. Schauen wir uns das Beispielprojekt im Video einmal an. Die Katze sagt nichts, wenn sie alleine steht und angeklickt wird. Sie sagt aber Hallo, wenn sie auf dem Apfel oder dem Stern steht oder sogar auf beiden Objekten gleichzeitig. Wie kann man die beiden sehr ähnlichen Skripte nun optimieren? Reicht es aus, dass eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, also die eine oder die andere Bedingung wahr wird, verwendet man in Scratch in der Kategorie Operatoren den ODER-Block. Er besitzt zwei Lücken für Bedingungen, die Enden der Lücken laufen daher spitz zu. Mithilfe einer ODER-Verknüpfung können die Skripte nun deutlich kleiner und übersichtlicher zusammengefasst werden. Hierzu ziehen wir den Block Wird Apfel berührt und Wird Stern berührt in die beiden Lücken des ODER-Blocks. Den Wird berührt Block findet man in der Kategorie Fühlen. Die Katze sagt nach dem Umbau nun Hallo, wenn sie sich auf dem Stern, dem Apfel oder beiden Objekten befindet und angeklickt wird. Vom Verhalten her hat sich also nichts geändert, die Programmierung ist aber deutlich übersichtlicher geworden. Darf die Katze nur dann Hallo sagen, wenn sie sich auf beiden Objekten befindet, hilft der UND-Operator weiter. Er verbindet beide Teilbedingungen so miteinander, dass sie jeweils mit Ja beantwortet werden müssen. Bauen wir das Skript einmal entsprechend um. Die Katze sagt nur nichts, wenn sie alleine auf dem Apfel oder auf dem Stern angeklickt wird. Steht sie aber auf dem Stern und dem Apfel gleichzeitig und wird sie dann angeklickt, sagt sie Hallo. Ein weiterer Bullscha Operator ist der sogenannte Nicht-Operator. Er dreht eine Bedingung in das Gegenteil um, das bedeutet, dass sie erfüllt ist, wenn sie nicht erfüllt ist und umgekehrt. Das klingt erstmal ein wenig verwirrend, kann aber beim Programmieren ganz nützlich sein. So sagt die Katze im Beispiel die ganze Zeit Hallo, bis sie den Apfel oder den Stern berührt. Das klischenbe